So, und alle Bierpaare da draußen, ich stelle euch mal meine Favoriten vor. Ich finde, die Bayern machen das beste Bier, das helle Bier. Das wäre zum Beispiel das Spaden oder natürlich auch ganz bekannt das Benediktina. Ich glaube, das sind Sorten, die jeder von euch kennt. Wir bieten die auf jeden Fall an. Unser Sortiment wächst vielfältig. Kommt gerne vorbei, schaut es euch an. Nochmal?